Kapitel 7 Im Studio Es war ein sonniger Nachmittag im Januar 1982, als ich das erste Mal in ein Studio ging. Ich sollte ein Radioprogramm von einer halben Stunde aufnehmen. Noch nie hatte ich in einem professionellen Rundfunkstudio eine Aufnahme gemacht. Der isolierte und sterile Raum mit den Mikrofonen, Lampen, Uhren und anderen geheimnisvollen Instrumenten flößte mir Respekt ein. Andererseits war ich auch beeindruckt, welch technische Mittel einem Evangelisten oder Prediger am Radio zur Verfügung stehen. Sicher musste ich mich erst an all das gewöhnen. Mein Dienst bei Radio HCB, der Stimme der Anden, in Quito, Ecuador, begann, nachdem ich schon fast 14 Jahre in Südamerika gelebt hatte. Von daher waren mir die spanische Sprache und die lateinamerikanische Kultur nicht fremd. Ich hatte meine Missionarslaufbahn in Paraguay begonnen, wo ich Großevangelisationen für das Missionswerk Jans Team aus Deutschland vorbereitete. Im Chaco, einer Landschaft von Paraguay, der sogenannten grünen Hölle, lernte ich meine Frau kennen, die Tochter menolitischer Siedler, die 1929 aus Russland nach Paraguay geflohen waren. Wir heirateten kurz vor Weihnachten 1971 bei 43 Grad Hitze in Philadelphia im Chaco. Nach fünfjähriger Dienstzeit in Paraguay, wo ich auch in einheimischen Gemeinden mitarbeitete, wurden wir nach Gramado, Brasilien versetzt. Dort im Süden des riesigen Landes gehörten wir zum Mitarbeiterstab einer gerade beginnenden Bibelschule für junge brasilianische Christen. Schon hier kam ich in Kontakt mit Radio HCB. Einmal wöchentlich hatte unser Missionswerk eine 15-minütige Radiosendung in deutscher Sprache zu produzieren. Das Tonband mit der Sendung wurde nach Quito, Ecuador geschickt und dort über die Antennen der Stimme der Anden ausgestrahlt. Fast sieben Jahre wohnten wir in Gramado und arbeiteten bei Freizeiten, Seminaren und auf der Bibelschule mit. Nebenbei war ich weiterhin mit der Vorbereitung von Großevangelisationen im Süden Brasiliens und Norden Argentiniens beschäftigt. Die Sitzungen und Seminare machten es erforderlich, fast jedes Wochenende lange Reisen mit dem Bus in die verschiedenen Ortschaften zu unternehmen. Bei dieser Gelegenheit lernte ich die deutschen Immigranten kennen, die hier weit verstreut in den Urwäldern leben. Damals wusste ich noch nicht, dass diese Siedler einmal zu den Hörern meiner Radiosendungen von Quito auszählen würden. Eines Tages kam die Einladung nach Ecuador. Ich hatte unter primitiven Umständen schon eine Reihe Sendungen in Gramado, Brasilien hergestellt und nach Ecuador zur Ausstrahlung geschickt. Die deutsche Abteilung in Quito suchte dringend Mitarbeiter und wurde durch die Sendungen auf mich aufmerksam. Bei der Einladung war zunächst vorsichtig die Rede von einer Übergangszeit und einem befristeten Einsatz. Wir waren sehr interessiert und verließen Brasilien und die Arbeit an der Bibelschule und wandten uns einer ganz neuen Aufgabe an einem internationalen Missionssender zu. Ich war der erste wirklich deutsche Mitarbeiter in der ganzen Mission, die bei unserer Ankunft immerhin schon mehrere hundert Missionare zählte. Für die erste Sendung in einem richtigen Studio in Quito hatte ich mich gut vorbereitet. Unter dem Arm trug ich eine Schallplatte für die Lieder und ein unbespieltes Tonband. Meine Bibel und ein sorgfältig und bis auf die Sekunde berechnetes Manuskript gehörte ebenfalls zu den Werkzeugen meiner Arbeit. Die Angst des unerfahrenen Programmproduzenten oder Radiosprechers ist zweifach. Einmal fühlt er den Stress, dass er sein Manuskript richtig ablesen muss. Die Betonung muss stimmen, die Worte müssen deutlich, aber natürlich ausgesprochen werden und man darf sich nicht versprechen. Zum anderen fühlt der Neuling die Panik, dass er mit der Zeit nicht auskommen wird. Vielleicht hat er zu viel Material und die halbe Stunde ist um, bevor er nur die Hälfte gesagt hat. Oder aber er hat viel zu wenig Stoff vorbereitet. Dann bleibt es am Ende der Sendung für einige Minuten einfach still. Ich fragte mich selbst, ob ich mit einer Tätigkeit hinter dem Mikrofon in einem engen Studio auf die Dauer zufrieden sein könnte. Da waren keine sichtbaren Menschen, keine Reaktionen in den Gesichtern der Zuhörer, ja noch nicht einmal der kleinste Hinweis, dass da überhaupt jemand zuhörte. War hier nicht alles in den Wind geredet? Langsam bekam ich aber ein Gefühl dafür, dass Menschen die Sendungen hörten. Mehr als tausend Empfangsberichte und Briefe gingen und gehen noch jeden Monat bei uns ein. Die Schreiber reagieren auf die Sendungen, erwähnen Einzelheiten aus dem Programm, ermutigen uns, loben, stellen Fragen, kritisieren. Oft bin ich sehr davon beeindruckt, wie genau die Leute zuhören und wie schnell sie auf die Sendungen antworten. Trotz der anfänglichen Hemmungen erleben wir doch auch viele schöne Stunden im Studio. Immer wieder kommen zum Beispiel Weltreisende vorbei. Solche Menschen nehmen wir meist gleich mit vor das Mikrofon. Meine Frau hat sich auf Interviews spezialisiert und macht öfters ganze Serien mit solchen Touristen. Manche von ihnen berichten von ihren Reiseerlebnissen auf der Fahrt im Kleinbus von Feuerland bis Nordamerika. Andere Touristen aus der Schweiz oder Deutschland haben die letzten Winkel von Ecuador, Peru oder Kolumbien bereist. Ihre Geschichten sind wirklich interessant und abenteuerlich. Ein deutscher Reiseagent kennt sich mit allen Sehenswürdigkeiten und der Geschichte Äquadors bestens aus. Seine Erzählungen sind nicht nur spannend, sondern auch sehr lehrreich. Ja, wir selber lernten noch manches über Südamerika. Und für unsere Hörer ist es gerade das, was sie von einer Radiostation in einem kleinen Land der dritten Welt erwarten. Ein besonderer Segen ist es, wenn wir Missionare als Interviewpartner vor dem Mikrofon haben. Ich denke da zum Beispiel an den Besuch von Harold Witzner, einem Missionar, der 30 Jahre im Urwald von Peru lebte und immer unsere Sendungen hörte und sie doch nie geschrieben hatte. Seine Berichte über die Machtkämpfe mit Zauberern haben auch bei den Hörern einen tiefen Eindruck hinterlassen. Ein Mann aus Deutschland schrieb uns sogar später, dass er mit Witzner verwandt sei und jetzt eigentlich das erste Mal verstanden habe, was der Missionar dort in Peru eigentlich gemacht habe. Ich denke an Steve Saint, den Sohn des getöteten Auker-Missionars Nate Saint. Meine Frau hat viele Interviews mit ihm gemacht. Seine Einstellung zu den Mördern seines Vaters hat viele Hörer erstaunt und ihnen gezeigt, was es heißt, dem Nächsten die Sünde zu vergeben. Ich denke auch an Heinrich Claßen, einen einfachen Bauern aus Kanada, der hier über 40 Jahre lang mit großem Segen unter den Kitschwa-Indianern wirkte. Von ihm haben wir etwas über die Probleme, Kämpfe und den Glauben der Indianer erfahren. Viele Stunden haben wir mit Dr. Eckhard Wolf im Studio verbracht. Wenn er von seinen Erlebnissen im Urwaldkrankenhaus in Shell erzählte, dann lief es auch uns manchmal kalt den Rücken hinunter. Immer wieder verstand Dr. Wolf es aber auch, von seiner Motivation für den Dienst im Dschungel zu sprechen. Durch seine Berichte haben etliche Hörer ihre negative Einstellung der christlichen Missionsarbeit gegenüber geändert. Mir fallen die Unterhaltungen ein, die wir mit Evangelist Willi Buchwald aufnahmen. Seine Frische und Festigkeit, seine Überzeugungen und Freude im Dienst entfachten auch in uns einen neuen Eifer. Da war Rafael Ruiz Núñez, ein Spanier, der als Kind von Gastarbeitern in Deutschland die Sprache gelernt hatte und uns ein Interview in Deutsch gab. Er kümmerte sich in Quito um die verkommensten Alkoholiker, Drogensüchtigen und die ausgestoßenen Kinder. Sein Zeugnis hat manchem Hörer mit Vorurteilen gegen die Missionsarbeit gezeigt, mit welcher Einstellung, Liebe und Hingabe Christen ihre soziale Verantwortung wahrnehmen. Ich denke auch an Elena Vaskunes, die durch eine verpfuschte Operation zum Krüppel wurde. Sie ließ aber den Kopf nicht hängen, sondern wurde 1983 eine Mitbegründerin der ersten christlichen Sozialarbeit für Behinderte in Ecuador. Da waren noch die Schriftstellerin Jeannette Oak aus Kanada »Liebe wächst wie ein Baum« ist die erste christliche Roman, der eine Millionenauflage erlebt hat. Und Elisabeth Elliot, die Witwe des getöteten Aukah-Missionars Jim Elliot, mit denen meine Frau Interviews in unseren Studios machte. Auch die legendäre Missionarin Rachel Saint und Catherine Jones, die Frau des Gründers von HJB, durften nicht fehlen. Beide sind inzwischen schon beim Herrn, dem sie ihr Leben lang gedient haben. Durch die Interviews mit all diesen Personen lernten wir viel über Gottes Wirken und wir selber wurden zum Dienst für den Herrn angespornt. Bei den Aufnahmen meiner routinemäßigen Programme bin ich meist allein. Aber ich produziere auch Sendungen zusammen mit meiner Frau oder anderen Mitarbeitern. Ich setze mich also in dem fensterlosen und ungemütlichen Studio an den Tisch. Vor mir auf der grünen Filzdecke steht das Mikrofon. Ich sortiere meine Manuskripte, schlage die entsprechende Bibelstelle auf und flüstere noch ein Gebet. Dann warte ich auf das Zeichen des Tontechnikers im Kontrollraum, auf der anderen Seite der Glasscheibe. Da, das rote Licht leuchtet auf und sagt mir, dass das Mikrofon eingeschaltet ist. Jedes Geräusch, das ich jetzt mache, wird mit aufs Tonband kommen. Ich beuge mich über meine Papiere und nun bin ich allein und höre nur noch meine Stimme. Sobald ich mir meiner Umgebung bewusst werde, schweifen meine Gedanken ab und ich verliere etwas den Faden. Versuche nicht daran zu denken, dass ich mich im Studio befinde. Ich stelle mir vor, dass mir gegenüber ein Freund sitzt, dem ich all das erzählen will, was ich hier aufgeschrieben habe. Zum Glück nehmen wir unsere Sendungen auf Bänder auf. Da kann man, wenn nötig, anhalten und etwas verbessern. Das ist aber nicht immer so gewesen. In den frühen 50er Jahren, als die deutsche Abteilung von Radio HZB gegründet wurde, gab es noch keine Tonbänder. Aufzeichnungen machte man auf einem Draht, den man aber nicht editieren oder schneiden konnte. Die Tonbänder waren damals gerade erst erfunden worden. Vorher gingen alle Sendungen live über den Äther. Als die Ingenieure dann ein paar Jahre später die ersten Tonbandgeräte anschafften, wurden die meisten Programme und viel Musik auf Tonträger aufgenommen und in den Sendungen eingespielt. Das mit den Bändern ist sehr praktisch. Dieselben Programme können jetzt mehrmals zu verschiedenen Zeiten ausgestrahlt werden. Bei der Kurzwelle ist das üblich, weil die Empfangsbedingungen oft sehr schlecht sind. Da schaltet der Hörer gerne eine Wiederholung ein oder sucht sich die beste Empfangszeit aus. Außerdem können wir die Sendungen während unserer normalen Arbeitszeit aufnehmen. Sie werden dann automatisch um Mitternacht vom Band abgespielt. So kommt die Sendung pünktlich morgens um 6 Uhr in Europa an. Bei einer Bandaufnahme besteht außerdem die Möglichkeit, dass man noch manches ausbügeln, das heißt editieren und schneiden kann. Mit einiger Übung geht das so gut, dass man die Korrektur beim Abhören nicht mehr wahrnimmt. Allerdings ist das Schneiden und Kleben der Bänder auch eine sehr zeitaufwendige Arbeit. Wenn wir uns beim Lesen der Texte versprechen, löschen wir den letzten Satz gleich im Studio und sprechen ihn neu auf. Das geht meistens recht gut. Ich verspreche mich bei meinen eigenen Manuskripten selten und wenn, dann versuche ich meist den Satz noch schnell aus dem Stehgreif zu verändern. Manchmal muss ich allerdings doch anhalten, wenn das Gestotter zu groß war. Diese Art Fehler können bei Tonbandaufnahmen leicht gelöscht und korrigiert werden. Als ich mit Radiosendungen anfing, hatte ich weiter keine besondere Vorbereitung als Journalist, Redakteur oder Reporter. Die Massenmedien waren mir nicht vertraut. Meine ersten Programme waren eine getreue Kopie dessen, was andere vor mir gemacht hatten. Ich lernte durch Nachahmung und Praxis. Später allerdings hatte ich dann Gelegenheiten, an mehreren Medienseminaren unter anderem auch in England teilzunehmen. Durch ein besonderes Weiterbildungsprogramm einer Universität der Vereinigten Staaten konnten meine Frau und ich auch einen Universitätsabschluss für Kommunikation erwerben. Unsere Sendungen haben alle einen hohen Anteil in Worten. Es sind eben keine UKW-Programme, sondern Programme, die für hochmotivierte und an fernen Ländern interessierte Hörer der Kurzwelle zugeschnitten sind. Aber doch wird ab und zu Musik eingespielt, damit es nicht zu ermüdend wird, den Gedanken und der Sprache zu folgen. Die meisten von uns können das Mischpult bedienen und die Aufnahmen selber steuern. Ich ziehe es aber vor, mit einem Tontechniker zu arbeiten, besonders wenn die Programme etwas kompliziert sind und verschiedene Beiträge von Kassetten, Schallplatten, CDs oder anderen Tonbändern eingespielt werden müssen. Mit einem Tontechniker können wir eine halbstündige Sendung auch in einer halben Stunde aufnehmen, so als wenn sie live wäre. Bald merkte ich, dass für mich das unsichtbare Publikum kein Problem ist. Ich brauche nicht unbedingt eine Versammlung vor mir, um in Stimmung zu kommen. Mir wurde klar, dass Radioarbeit für mich eine passende und meinen Gaben und Interessen entsprechende Methode sei. Das Studio, das mir anfänglich Respekt und eine gewisse Scheu einflößte, ist heute der Platz, von wo aus ich in aller Ruhe, konzentriert und ungestört die Botschaft weitergeben kann. Missionsarbeit vom Studio aus ist etwas anders als Straßenevangelisation. Wenn ich mich in der Fußgängerzone einer Großstadt auf eine Seifenkiste stellen würde oder in einer Freiversammlung gegen Straßenlärm und Ablenkung anpredigen würde, hätte ich bestimmt nur wenige Zuhörer. Die meisten würden vorbeigehen und wahrscheinlich denken, so ein Verrückter, was will der denn da? Sie würden mich kaum ernst nehmen. Dazu würden sie sich schämen, stehen zu bleiben und zuzuhören. Am Radio ist das aber anders. Die Leute hören mich zu Hause in ihrem Wohnzimmer, oft alleine, wo sie keiner beobachtet. Ich kann von Person zu Person sprechen wie ein Gast im Wohnzimmer des Hörers. Außerdem hat das Radio, wie überhaupt alle Massenmedien, eine gewisse Autorität, jedenfalls mehr als ein Straßenprediger. Man ist geneigt zu sagen, es ist im Radio gekommen oder im Fernsehen oder in der Zeitung und dahinter steht eine gewisse Vollmacht, die das Gesagte glaubwürdiger erscheinen lässt. Missionsarbeit vom Studio aus ist doch etwas anders als die Predigten einer Kirche oder im Evangelisationszelt. Auf der einen Seite ist Radioarbeit viel weniger aufwendig. Man braucht nicht für jeden größeren evangelistischen Einsatz einen Stab von freiwilligen Mitarbeitern für die Werbung, Ordnung, Beratung und das Rahmenprogramm. Die Ausgaben für teure Hallen fallen weg. Reisespesen gibt es bei der Radioarbeit nicht. Ein verhältnismäßig kleines Team in der deutschen Abteilung von HZB erreicht täglich weltweit viel mehr Zuhörer als ein bekannter Evangelist an einem sorgfältig und kostspielig vorbereiteten Evangelisationsfeldzug. Ich selbst habe viele Jahre in der Großevangelisation mitgearbeitet und möchte keineswegs die Frucht dieser Bemühungen schmälern. Aber ich weiß auch um die hohen Kosten und die großen Opfer und Anstrengungen, die den Gemeinden abverlangt werden. Auf der anderen Seite entsteht mit der Zeit bei der Radioarbeit ein Vertrauensverhältnis zwischen Hörern und Sprechern. So wenden sich die Hörer oft mit ihren Fragen und Problemen, mit ihren Erlebnissen, Freuden und Frustrationen an ihre Kontaktperson beim Sender. Das ist auch ein Vorteil der Radioarbeit und eine große Herausforderung für den Rundfunkpastor. Die Arbeit an einem internationalen christlichen Kurzwellensender hat dazu noch den Vorteil, dass die Programmproduzenten völlige Freiheit bei der Gestaltung der Sendungen haben. Da ist kein ungläubiger Kollege oder Chef, der die Texte kontrolliert, die Worte abwägt, die Lieder lächerlich macht. Da ist kein Intendant, der sagt, diese Art passt nicht zu unserer Station, wir wollen nicht solche frommen Reden. Da ist kein Programmdirektor, der die Sendungen mit biblischen Inhalten auf die frühesten Morgenstunden schiebt, wo sie kaum einer hören kann, weil die meisten Menschen noch schlafen. Ich hatte einmal einen gläubigen Freund, der in einem säkularen Radiosender in Deutschland arbeitete. Er war Ansager, Reporter, Disc-Jockey, nicht Radiopastor oder Prediger. Trotzdem war es sein Ziel, das Radio auch zur Verbreitung der christlichen Botschaft zu nutzen. Ich fand das sehr mutig und bewundernswert. Doch schon nach kurzer Zeit war er frustriert. Sobald er nur den Namen Gottes nannte, spotteten seine Kollegen. Sie wachten eifersüchtig darüber, dass mein Freund keine christlichen oder moralischen Werte im Radio vermitteln konnte. An säkularen Sendern als Christ zu arbeiten, ist nicht leicht und die Möglichkeit zur Verbreitung des Evangeliums ist meist sehr begrenzt. Das ist aber ganz anders, wenn man an einem christlichen Sender arbeiten kann. So schön und befriedigend die Arbeit im Studio als Rundfunkmissionar auch ist, es gibt auch da immer wieder Probleme. Die Enttäuschungen, die bei der Arbeit im Studio auftreten können, sind zum Beispiel das Versagen alter oder unzuverlässiger Aufnahmegeräte. Es gab einmal eine Zeit, da waren die Studiomaschinen alt. Ihre Geschwindigkeit blieb nicht mehr konstant. Sie wurden am Ende des Tonbandes langsamer und unregelmäßig. Das verursacht dann ganz seltsame Schwankungen in der Stimme, die mal höher, mal tiefer, mal schneller und mal langsamer wird. Schlimmer ist es aber noch mit der Musik. Wenn die Maschine erst einmal eiert, ist nicht mehr festzustellen, in welcher Tonart das Lied gesungen wird. Dann müssen wir anhalten und die Tonköpfe säubern, einen Techniker rufen oder die Maschine auswechseln lassen. Bei diesen Manövern verlieren wir immer viel Zeit und können unsere geplanten Sendungen nicht rechtzeitig aufnehmen. Wie dankbar waren wir, als wir durch eine Sonderspende nach und nach die 30 Maschinen in den verschiedenen Studios erneuern konnten. Ein anderes Problem sind die Operadores, die Tontechniker. Es sind alles junge Äquatorianer, die keine besondere Ausbildung für ihre Arbeit bekommen haben. Sie werden direkt im Studio an den Aufnahmegeräten eingewiesen. Manche von ihnen haben ein unwahrscheinliches Fingerspitzengefühl für das rechtzeitige Einspielen der Musik, das Ausblenden und das Einschneiden der Stimme am richtigen Punkt. Andere aber können es einfach nicht lernen. Es erfordert dann unsere ganze christliche Geduld und Reife nicht, aus der Haut zu fahren. Wir haben Tontechniker, die über ein halbes Jahr lang die wichtigsten Handgriffe lernen. Wenn es aber darauf ankommt, drücken sie die falschen Knöpfe oder sie drücken gar nichts. Dann müssen wir wieder und wieder versuchen, unser Programm an der richtigen Stelle fortzusetzen. Ein anderer Operador hatte die Angewohnheit, die Nadel des Plattenspielers auf die Schallplatte fallen zu lassen, so dass wir immer dachten, es würde etwas zerbrechen. Zusätzlich fasste er mit seinen groben Fingern auf die Schallplatten und ruinierte damit manche gute Aufnahme. Schallplatten, Tonköpfe und Bänder dürfen nicht mit den Fingern berührt werden, weil das Fett und der Schweiß der Haut die Tonqualität sehr beeinträchtigen können. Ein besonderer Schlag ist es, wenn ein Tontechniker nicht Acht gibt und eine fertig aufgenommene Sendung einfach wieder löscht. Zugegeben, man muss sehr aufpassen, dass man die Bänder nicht verwechselt. Viele unserer gebrauchten Tonbänder werden wieder gelöscht und nochmals verwendet. Dieses geschieht aber erst, nachdem sie schon ausgestrahlt wurden und ihren Dienst getan haben. Wird eine Sendung gelöscht, bevor sie abgestrahlt wurde, müssen wir den ganzen Prozess des Aufnehmens noch einmal durchgehen. Wenn dann einmalige Interviews, Hörspiele oder Originaltöne auf dem Band waren, kann man es oft nicht wieder genauso herstellen und muss sich irgendetwas anderes einfallen lassen. Trotzdem sind wir dankbar für die Tontechniker. Mit ihnen können wir ein Programm viel schneller aufnehmen, als wenn wir die Geräte selbst bedienen müssten. Das Studio ist zwar ein steriler Raum, an den man sich erst gewöhnen muss, aber heute bin ich so dankbar für diesen Platz und für alle Möglichkeiten, die uns die Technik zur Verbreitung des Evangeliums liefert. Jeder Schritt, den du gehst auf der Straße der Welt, bringt dich tiefer in Not. Jeder Schritt, den du gehst auf der Straße der Welt, bringt nur Sünde dir und Tod. Und Gott sieht die Gefahr, hat die Rettung für dich schon bereit. Ja, er sieht die Folgen klar, darum komm und verliere keine Zeit. Und Gott, den du gehst auf der Straße. Untertitelung des ZDF, 2020 An dem Kreuz, an dem Kreuz, starb einst Jesus für dich, dort trug er deine Last. An dem Kreuz, an dem Kreuz, nahm den Tod er auf sich, den du selbst verdient hast. Jesus ruft, ich kehre um, komm noch heute, verliere keine Zeit. Jesus ruft, ich komm zu ihm, ewiges Heil hält für dich er bereit. Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino que vas. Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino que vas. Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino que vas. Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino que vas. Dios te ve, mira bien el camino que vas. Jesus mi sunkes. Vielen Dank.